Wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz, wir sind Familie Putz. Stefan, Claudia und Tom, das ist Familie Putz. Ich weiß nicht, irgendwie sind die Ferien ganz schön langweilig. Was machen wir denn jetzt da? Keine Ahnung. Holen wir die anderen an und fangen uns ja auch Zeit an zum Treffen. Wer kommt denn da daher? Uh, der Busfahrer. Ich finde das. Die Schule, ihr seid schon viel zu spät für die Schule. Es sind ja Ferien, dummi. Was für Ferien, es gibt die Sommerschule. Es müsste ein sein. Nein, 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 ganz anders im Team. Jetzt werde ich die Behörden melden. Achtung, Achtung, da ist die Oma Inge. Ich bin die Oma Inge Putz. Ich suche den Taxifahrer. Gibt es da jemanden, der Taxifahrer werden will? Was reden Sie denn da für einen? Schreien Sie mir nicht an, bitte. Scheinen Sie nicht so laut zu mir. Was runden Sie von mir her? Sie stellen sowieso nicht ein Taxifahrer. Sie sind ja nicht mehr betrunken. Das stimmt nicht. Doch, das ist schon richtig. Ich suche einen anderen. Nein, ich will Sie nicht. Das ist ein Sprachfehler. Sie sind rassistisch. Nehmen Sie mich doch an. Ich schaue doch das gleiche Outfit wie dieses Taxi. Schauen Sie doch. Ja, ja, ja. Gehen Sie rum durch mein Taxi. Lassen Sie mich nicht an. Ich schreie mich nicht an. Ich schreie mich nicht an. Sie haben das Megafon an. Nein, ich bin Taxifahrer. Nein, ich bin Taxifahrer. Nein, Sie sind ja nicht so richtig wie mein Mann. Ich bin Taxifahrer. Das ist ja Wahnsinn. Nein, Sie sind ja kein Taxifahrer. Sie sind ja immer betrunken. Sie können sich nicht einstellen. Das stimmt nicht. Boah, das stimmt schon. Das wissen Sie doch gar nicht. Ja, aber nein, das geht nicht so einfach. Doch. Ach. Ja gut, ich eh wurscht. Ich bin halt halt mit und die Füße im Bauch. Ja. Ach, 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 ach. Aber Sie müssen zwar sprechen, dass Sie nichts trinken werden, die Taxifahrer. Ja, ach, ach. Ich bin der besteste Taxifahrer. Ja, dann gut. Dann sind Sie auch jetzt der Taxifahrer vom Putzertal. Ja. Und, ja. Soll ich jetzt da hin? Sie müssen halt hier rumfahren und fragen, ob jemand ein Taxi braucht. Und dann müssen Sie halt immer für den Taxometer schauen. Und dann müssen Sie halt von dem Pfarrer das Geld verlangen, was da oben steht am Taxometer. Und wenn Sie nicht zahlen, fahre ich um. Nein, nein, das dürfen Sie nicht machen. In Gottes Namen. Auf jeden Fall, um 6 Uhr treffen wir uns wieder da, okay? Okay. Und dann viel Glück. Tschüss. Ja, sagen Sie mal, sind Sie wahnsinnig? Jetzt passen Sie doch auch möglich. Ja. Nein, ich dachte, ich dachte, ich würde sich dann am Gottes Willen. Aber der ist nichts kaputt. Das wollte ich schon machen. Ja, das war Absicht. Ja, was soll ich denn sagen? Sie wollten es schon machen. Ist jetzt ein Ernst. Steigen Sie aus mit meinem Taxi. Aber schnell jetzt bitte. Ich suche mir doch lieber wen anders. Nein, ich bin schon drinnen. Hey, stopp! Auf Wiedersehen. Schau doch mal, ich bin ein Superman. Das ist eine tolle Verkleidung. Ich will mich auch mal verkleiden. Wo sind denn die Sachen? Oh, wer kommt denn da schon wieder? Ja, Alter, einsteigen. Ich bin doch ein Taxifahrer jetzt da. Ja. Was? Seit wann haben wir denn ein Taxi im Puzzertal? Jetzt. Ab jetzt. Ab heute. Ich bin Taxifahrer. Nein, also mit Ihnen fahren wir so oder so nicht mit. Auch nicht im Schulbus und im Taxi schon gar nicht. Weil Sie sind immer betrunken, oder Tom? Das stimmt nicht. Ich bin nicht betrunken. Nur besoffen. Tom? Tom, sag doch was. Ja. Biss halt so. Diese blöden Kinder. Ja. Verschweizer ist jetzt ja alles schlimmer heutzutage. Grüß Gott, mein Herr, Alter. Grüß Gott, lieber Hund. Ich hätte mir gerne ein Taxi bestellt. Hey, hier. Ich bin kein Hund. Ich bin eine Dame. Ich möchte bitte gerne ein Eichesheim zurückgeführt werden. Wohin? Nach Hause. Oh, jetzt zu Hause. 50. Was, 50? 50 Jahre, ne? Nein, ich bin nicht 50 Jahre. Schauen Sie was aus. Nein, Eichbergweg 553. Eichenweg? Ja, nein, Eichbergweg. Eichbergweg? Ja, nein, nicht Eich, Eich. Eich. Eichberg. Eichberg. Weg. Eich. 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 Okay, ich hab eingeschrieben. 55, oder? Eins, 55, schrägstrich eins. Schrägstrich eins. Eins, nicht sch. Sch, 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 sch. Okay. Passt. Steigen Sie ein, aber Sie alle dürfen keine Hunde mitgebracht werden. Ja, okay. Also Hunde, bitte steigen Sie ein. Ja. Und über 50, Frau, bitte außen bleiben. Ich bin ja 40. Ja, schauen Sie aber nicht schon aus. Ja, Sie sind ja. Ja. Busfahrer, du altes Haus, du geiler Hund. Ja, ich schau schon. Wie geht's dir? Hast du bitte verreden Sie? Ich möchte bitte nach Hause. Ja, das ist super, Sie kann nacken. Sch, 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 sch. Busfahrer, ich freue mich so, dass ich dich sehe. Schickes Auto, schickes Auto. Ich bin Taxifahrer. Ja, Taxifahrer, bitte. Ja, Taxifahrer. Da müssen wir auch nicht auftrinken, oder? Saus mal in seinem Auto, bis der so Mann sagt. Trink mal, trink mal, dass du Taxifahrer bist. Trink mal drauf. Und ich? Sie gehen zu Fuß nach Hause. Ja, sie war erst mal. Oder sie war, ja. Ja, erst mal Mittagspause. Aber es ist doch nach 5 Uhr Nachmittag. Ja, das passt schon so, danke. Aha. Ich fahrte einfach im Auto, bis ich wiederkomme. Passt, passt. 3000 Jahre später. Ja, was ist denn da los? Weil ich hab ja gewusst, dass der Busfahrer, der es nicht auf die Reihe bringt, nicht steht. Der Wagen war einfach herum und weit und breit ist nichts zum Schägen von dem Busfahrer. Ja, das sitzt ja mal drinnen. Ja, wer sind Sie? Hallo? Alles Gott, werte Dame, ich warte nur auf meinen sympathischen Busfahrer. Der hat gesagt, dass er wiederkommt. Es ist jetzt schon 2 Stunden her. Und ich warte nach wie vor, dass der kommt und mich und meinen Dackelpubi nach Hause bringt. Machen Sie, Josef, und den Taxiometer hat er auch laufen lassen. Da sind ja schon 500 Euro drauf, werte Dame. Ja, wissen Sie was? Der kriegt 600 von mir. Mit dem Busfahrer, da können Sie sich ja nur genieren. Ich habe genug, gell? Ich habe viel zu viel davon, wissen Sie? Ich kaufe Ihnen das Auto ab. Wie viel wollen Sie haben? Das können Sie mir nicht abkaufen. Das gehört ja meinem Mann, dem den Opa Herbert. Aber wenn der das erfährt, das ist ja eine Katastrophe. Wissen Sie was? Ich bring Sie jetzt mal schnell heim. Das ist ein schöner Abba. Alter, schau. Da hat jemand das Auto gestohlen. Das Auto ist weg. Du, du, Busfahrer. Busfahrer, darfst du was sagen? Das Auto ist weg, dein Taxi. Oh nein, das Auto ist weg. Die Oide hat da Taxi geklaut, Busse. Müssen hinterher. Da müssen wir die Verfolgung auch nehmen. Das wollte ich sagen. Da muss Busfahrer. Das geht nicht. Die Oide, für die kann man was erleben. Ich sehe schon mit einem halben Fuß im Grab und dann reiht sie so aus. Das geht nicht. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Und jetzt reden wir oder wollen wir endlich starten? Jetzt starten wir dann durch und das geht. Nein, das geht nicht. Die Hündin, die Oide, die werden wir da. Der werden wir das sagen. Ja und das ist ja Basis. Und so. Also. Das ist doch was. Alles klar. Bis zum nächsten Mal.